Hallo, bist du Physiotherapeut? Egal ob Berufseinsteiger oder erfahrener Kollege, dann ist dieses Video für dich. Wir von der Firma Team Moor sind auf der Suche nach Kollegen, die uns bei der Versorgung unserer Patienten an verschiedenen Standorten in und um Osnabrück unterstützen. Wir suchen motivierte Kollegen für unsere Fachbereiche Orthopädie, Neurologie und Pädiatrie. Dich erwartet eine moderne Praxisausstattung, ein interdisziplinär aufgestellter Arbeitgeber und ein tolles Team, in dem du dich stetig weiterentwickeln kannst. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann kommst du hier oder unten in der Filmbeschreibung zu unserem Stellenangebot. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.